Hallo zusammen, in diesem Training geht es um das Thema Aktfotografie im Studio. Mein Name ist Martin Buschmann, ich komme aus Konstanz am schönen Bodensee und betreibe dort ein Fotostudio für Werbe-, Industriefotografie, Lifestyle und People. Und das seit 25 Jahren. Und deshalb möchte ich euch gerne meine Erfahrungen gerade zum Thema Aktfotografie im Studio weitergeben. Und da haben wir verschiedene Videotutorials für euch zusammengestellt. Ich will euch die Themen mal kurz im Einzelnen erläutern. Das erste Tutorial, was wir für euch aufgenommen haben, da geht es um das Thema Warm-Up. Warm-Up heißt folgendes, einfach, dass ihr mit dem Model warm werdet, einfach mal die ersten Bildideen zusammen entwickelt, mal von Schwarz-Weiß auf Farbe switchen könnt, einfach verschiedene Möglichkeiten, um einfach mal die ersten Bilder in den Kasten zu bekommen und einfach auch so ein bisschen diese Spannung zwischen Model und Fotograf für beide Seiten zu nehmen. Das nächste Tutorial ist die klassische Aktfotografie. Ganzkörperaufnahme, die wir euch da zeigen möchten, bis hin zu Körperlandschaften, die wir exemplarisch für euch fotografiert haben. Körperlandschaften, das heißt für uns, wir gehen richtig ins Detail, modulieren wunderschön mit dem Licht im Studio und haben da ganz viele Motive, die wir euch zeigen können, wie ihr dann sowas auch von der Ganzkörperaufnahme bis wirklich zur Körperlandschaft fotografieren könnt. Ein weiteres Thema, was ihr in den Videos finden könnt, ist das Thema High Key. High Key ist sozusagen ein Sonderthema und da geht es wirklich darum, so ganz weiche Kontraste, ganz dezente Farben zu haben und das dann nachher vielleicht auch Schwarz-Weiß zu fotografieren. Da braucht es einfach eine besondere Technik und die haben wir für euch aufgebaut. Die zeigen wir euch, wie die funktioniert. Ein anderes Thema, was ebenfalls noch in den Videotutorials hier mit drin steckt, das ist so ein Setup, was euch sehr flexibel arbeiten lässt mit dem Model. Wir bauen euch die Lichter auf und ihr könnt dann wirklich das Model um 360 Grad drehen. Das Licht wird immer passen und dieses Setup, das garantiert euch ein maximales Output. Ganz, ganz viele Bilder und da könnt ihr wirklich mal richtig schießen und auch das Model darf dann mal mit den Händen spielen, muss nicht so statisch dastehen und kann sich selber dann auch einbringen. Auch da sind ganz viele Bilder dabei, die man dann eben mit nach Hause nehmen könnte. Ich würde mich freuen, wenn euch die Videotutorials gefallen und sag mal viel Spaß dabei.